Mein Name ist Fischbacher Ernst. Das ist meine Frau Frau Fischbacher. Letztes Weihnachten habe ich den Tannenbaum gekauft. Am 23. Dezember. Am 24? Hä? Am 24? Ja, mir am 24. Jetzt, noch kein Jahr später, sieht der Baum so aus. Wir haben einen Pflepp, wir haben zu ihm geguckt, wir haben ihn hier rausgezogen. Rossbummeln hast du ihm sogar gegeben. Rossbummeln habe ich ihm gegeben. Ich gehe zum Händler mit der Nadel, mit dem Baum und verlange einen Schadenersatz. Der Händler sagt mir, nein, kann ich gar nichts machen. Weder Geld zurück, keine Reparatur, nichts. Ich finde so etwas einfach kunstgemein. Himmel traurig. Himmel traurig finde ich mir das. Sonst, jetzt an Weihnachten. Ja, jetzt an Weihnachten zu kommen.